Fünfte Batterie Artillerie Regiment 31 Frankreich 1940 Teil 3 Samstag 25. Mai Die Bewohner unseres Hauses, ein junges Ehepaar mit Kind, sind längst in den Keller geflüchtet. Jetzt ein furchtbarer Krach unmittelbar neben uns. Das Nachbarhaus ist von einer Granate schweren Kalibers eingerissen worden. Spitter, Steine, Ziegel und Bretter prasseln auf unser Dach herab. Doch es hält. Jetzt wird es höchste Zeit in Deckung zu gehen. Zwischen Kartoffeln und Kohlen finden wir im Keller noch genügend Platz. Wir versuchen die Frau zu trösten. Ich spreche sie in ihrer Muttersprache an und erkläre ihr, dass der Feind auf dem Rückzug ist und die Stellung bald aufgegeben werden muss. Doch wem könnte es gelingen, inmitten dieser Hölle eine Frau von der Angst um ihr geliebtes Kind zu befreien? So sieht sie uns ungläubig an und verstummt. Kein Wort wird mehr gesprochen. Ein unheimlicher Gegensatz zu dem Lärm und Getöse draußen. Ein Verwundeter wird oben ins Haus getragen. Sofort sind wir oben, bringen Wasser, sind zu jeder Hilfe bereit. Am Schulterblatt blutet er stark, doch scheint die Wunde nicht lebensgefährlich zu sein. Unser Wachmeister steht schon wieder über sein auf dem Küchentisch liegendem Kartenbrett gebeugt und stellt neue Schussrichtung und Entfernung fest. Mit dem Leutnant von der vierten Batterie wird er sich rasch über die von unseren Geschützen zu bekämpfenden Stellung einig und schon trägt wieder der Äther die Feuerkommandos zu den B-Stellen, die dann das Feuer der Batterien auslösen. Dumpf hören wir die Einschläge unserer Geschosse. Es schwillt zu einem unheimlichen Donnern an. Die anderen Batterien der Abteilung lenken nun ebenfalls ihr Feuer auf unseren Abschnitt. Die Erde scheint zu beben. Das ganze Haus durchläuft ein Zittern. Und nun? Die Infanterie stürmt. Immer wieder müssen wir die Entfernung verbessern, das Feuer vorverlegen. 4.500 4.550 4.650 4.750 Plötzlich höre ich meine Gegenstelle nicht mehr. Plötzlich höre ich meine Gegenstelle nicht mehr. Ununterbrochen gebe ich das Rufzeichen und Decknamen durch. Nichts. Doch wir müssen Verbindung bekommen. Ich kann den Fehler nicht erst suchen. Es geht um Sekunden. Also ran an das Gerät der vierten Batterie. Frequenz eingestellt und Fensterbrett bitte kommen. Da ist er. Wir haben wieder Verbindung. Schnell die Kommandos durchgegeben, denn schon wieder muss ich das Gerät meinem Kameraden von der vierten zurückgeben. So lenken wir über dieses eine Gerät das Feuer von zwei Batterien und es klappt. Drüben hört ein Geschütz nach dem anderen auf zu schießen. Jetzt schweigen sie ganz. Will sich der Feind zurückziehen? Oder legt er nur eine Feuerpause ein? Noch wissen wir es wirklich nicht. Allmählich wird nun auch unser eigenes Feuer schwächer und verstummt nun ganz. Ruhe. Da kommt unser Wachmeister. Er hat sich kurz vorher zum Bataillonsgefechtsstand begeben und gibt uns die Lage bekannt. Die Infanterie hat den Feind dank der guten Atalrievorbereitung aus der Entstellung vertrieben. Eine Kompanie des Infanterieregiments 17 hat einen spitzen Keil tief in den Gegner vorgetrieben und diese Stellung trotz stärkster Gegenangriffe gehalten. Somit ist das Tagesziel erreicht. Damit ist unsere Arbeit hier ebenfalls beendet. In kurzer Zeit sind die Geräte verpackt und aufgenommen. Erst jetzt, da wir die Straße betreten, sehen wir die verheerende Wirkung der Granaten, die so manches Haus in einen Trümmerhaufen verwandelt haben. Auch der Bahndamm ist schwer mitgenommen. Wie mag es erst davor aussehen? Ein Wachmeister und zwei Funker gehen wir schweigend den bekannten Weg zurück. Die Sonne brennt immer noch heiß herab und nimmt uns die letzte Spur von Feuchtigkeit von den Lippen. Die Feldflasche ist längst leer. Schon liegen die Gärten, schon der Graben hinter uns. Nur noch ein Feld brauchen wir zu durchschreiten, dann haben wir es geschafft. Scharf umrissen steht die Mühle auf der Höhe vor uns. Die tiefstehende Abendsonne lässt ihren weißen Kalkanstrich noch greller erscheinen. Langsam steigen wir den Hügel empor. Mit dem Gestänge eines Kellergangs lassen wir uns müde auf Mehlsäcken nieder. Noch ein wenig essen wir zu Abend. Dann legen wir uns zur Ruhe hin. Lange finde ich noch keinen Schlaf. Immer wieder kommen die Bilder vom heute verlebten Tage zurück. Dann aber stehen die Bilder still und ein letzter Gedanke an das Volk, wofür wir kämpfen, begleitet mich zum Schlummer. Kaum hat unsere Batterie im Raum nördlichen Mähnen Widerstellung bezogen, da erscheinen über uns acht Bombenflugzeuge von einer bedeutenden Anzahl von Jägern begleitet. Selbst mit den Ferngläsern können wir keine Nationalitätsabzeichen erkennen. Unsere Vermutung, es handelt sich um Feinflugzeuge, bestätigt sich, als wir ihre zahlreichen Bombenabwürfe hinter der Front beobachten. Wie wir im Laufe des Tages erfahren, zerstörten sie unsere Notbrücke über den Lys. Die siebte Batterie soll außerdem zwei Geschütze eingebüßt haben. Sonntag, 26. Mai Der heutige Tag brachte uns einen dreimaligen Stellungswechsel im Zickzackkurs hartnördlich Mähnen. Das mit uns marschierende Artillerie-Regiment 67 erhielt während des andauernden Beschusses beim Marsch einen Volltreffer. Am heutigen Abend wird in uns allen die Vermutung wach, das schneidige Vorwärtsdringen hätte nun abermals ein Ende gefunden. Und ein erbitterstes Ringen an Ort und Stelle stünde uns bevor. Unser drittes Instellung-Gen auf einem langgestreckten Rücken vor dem Dorfe Gelouf verwischt vollends sämtliche Vorstellungen über den vermutlichen Verlauf der Front. Dazu erhalten wir nun Beschuss aus allen Richtungen und wie an der Schelde stehen wieder die roten Leuchtkuchen unserer Infanterie am nächtlichen Himmel. Wie stolz aber sind wir, als wir gegen Abend erfahren, unsere Division führe den Auftrag durch, an der Spitze eines schmalen Keils in Richtung auf die im Westen stehenden motorisierten deutschen Truppenteile vorzustoßen und die vor uns liegende feindliche Armee zu teilen. Daher also diese Unklarheit des Frontverlaufes, der starke Beschuss, der Gefechtslärm aus allen Richtungen. Um 20 Uhr erreicht uns noch folgende Nachricht. Die 18. Division hat vor Übern zwei Brückenköpfe gebildet. Die Panzerdivision Kleist hat von Süden her den Vormarsch auf die Stadt unternommen. Montag, 27. Mai, 9 Uhr Ein Volltreffer soll vor wenigen Minuten einen Leutnant des neben uns feuenden Artillerie-Regimentes 67 getötet haben. Nun aber entfernt sich der Gefechtslärm rasch in westliche und nördliche Richtungen, während der mäßige Beschuss von Süden her immer noch anhält. Um 9 Uhr soll ein deutscher Infanterieangriff erfolgreich vorgetragen worden sein. Eine unzahldeutsche Bombe überfliegt unsere Stellung. Die schweren Batterien neben und hinter uns bauen ab. Wir aber bleiben noch den ganzen Tag und die folgende Nacht an demselben Fleck. Sollen wir zurückbleiben, da wieder Bewegung in die Front kommt? Endlose Scharen von belgischen Flüchtlingen zogen den ganzen Tag an unserer Stellung vorüber nach Osten zurück. Es gibt kaum ein Bild menschlichen Aliens, welches man darunter nicht hätte finden können. Kranke auf brüchigen, hoch bepackten Wagen, alte Männer und Frauen zu Fuß, Kinder in Lumpen, ein unübersehbares Jammerbild, diese Menschen mit leerem, stumpfen Blicke, welchen vielfach zu Bettlern geworden, ihre Heimat suchen. Die Ungeheuerlichkeit des Verbrechens derer, die den Krieg begannen, wird in solchen Augenblicken des Anblicks wehrloser Not noch grausamer klar. Die Bewohner des westlichen Belgiens hingegen sind fest ausnahmslos bei Haus und Hof geblieben. Alle Schrecken des Krieges waren ihnen lieber als eine Flucht ins Ungewisse. Nichts kennzeichnet deutliche Investrauen gegenüber den verbündeten Engländern und Franzosen. Ich komme gegen Abend mit einem Kameraden in ein naheliegendes Gehöft, um dort Kaffee zu kochen. Die alten Bauersleute sitzen mit ihrem Sohn um ein bedecktes Herdfeuer in der dämmerigen Küche. Die junge Frau mit ihren fünf Kindern aber hat sich aus Furcht vor dem andauenden Artilleriefeuer in den Keller verkrochen. Langsam kommt eins nach dem anderen der blonden Flamenkinder zu uns empor und schaut mit hellen Augen unserem Handwerke zu. Schließlich sucht einer der Jungen seine von der Mutter gelernten paar Brocken Deutsch zusammen und beginnt mit mir zu sprechen. Weit kommt er nicht mit seinen Kenntnissen. Aber es zeigt sich, als ich ihm langsam auf Hochdeutsch antworte und als mein Kamerad gar Platz zu sprechen beginnt, dass die Verständigung mühelos vor sich geht, wenn nur jeder seine Muttersprache deutlich spricht. Über die Engländer wissen sie nichts Gutes zu berichten. In purem Übermut hatten sie auf den Weiden alles Vieh erschossen, das ihnen vor die Läufe kam. Uns aber gilt das Vertrauen, die Zuneigung flämischer Kinder. Dienstag, 28. Mai. Unter Regenschauern dämmert die Frühe herauf. Das mächtige Dröhnen vorgehender motorisierter Artillerieeinheiten erfüllt die Morgenstunden. Es heißt sie sollen zum Beschuss von Uepern und des Berges Kemmel eingesetzt werden. Uepern, Kemmel. Das sind zwei Namen, welche uns die Herzen höher schlagen lassen. Dort wartet ja sicher eine Entscheidung auf uns. Ein Kampf, der uns die Pforten nach Frankreich hinein öffnen wird. Wieder sehen wir zahlreiche deutsche Bomber ihren Kampfzielen entgegenfliegen. Um 13 Uhr erhalten wir die Nachricht von der bedingungslosen Übergabe der belgischen Armee. Um 14 Uhr trifft endlich der Befehl zum Stellungswechsel ein. Was werden uns die nächsten Stunden bringen? Ich sitze nun wieder am Zwillingssockel des MG-Wagens. Am Himmel hängen immer noch schwere Regenwolken. Kein Flieger ist zu sehen, noch zu hören. Über Feldwege geht es kreuz und quer, Hügel auf, Hügel ab, voran, unsere stolze Fünfte. Dahinter die anderen Batterien der Abteilung. Als wir eben eine kleine Anhöhe überquerten, deutet Anna nach links vorne zum Horizont. Dort liegen ein paar unscheinbare, grau-blaue Hügel. Da, die sanft ansteigende Kuppe, der Kämmel. Wir anderen vom MG-Wagen wollen es nicht glauben. Um jene unbedeutende Waldhöhe sollten im Weltkrieg so viele tausend deutsche Soldaten gefallen sein. Ein Dorf, Sant Forde, steht am Eingang geschrieben, nimmt uns die Aussicht. Als uns die letzten Häuser den Blick wieder freigeben, liegt vor uns eine ganz flache, von einigen Baumreihen bestandene Talsenke. Inmitten zieht sich allen sofort erkennbar ein Bahndamm und unmittelbar davor ein Kanalwert quer durch unser Blickfeld. Dahinter zwei Dörfer, eins rechts in der Nähe, das andere links mehrere Kilometer entfernt. Und über allem der Berg mit seinen anschließenden Hügelreihen. Wir mögen dem Bahndamm nun auf anderthalb Kilometer nahe kommen. Noch bleibt alles still. Hat der Feind auch hier einen vorzeitigen Rückzug angetreten und das berühmte Weltkriegsschlachtfeld kampflos uns überlassen? Da, ein langes Pfeifen, ein dumpfer Knall. Wir fahren auf. Nun ein zweites Fauchen in der Luft. Diesmal sehen wir auch den Einschlag links der Straße, wenige hundert Meter von uns entfernt. Wir marschieren weiter. Sind wir vom Feinde eingesehen worden? Hat er in den beiden Dörfern noch funktionierende B-Stellen? Dann dürfen wir sicher sein, in den nächsten Minuten einen ausgiebigen Feuersegen zu erhalten. Die Spitze unserer Kolonne kommt jetzt ins Stocken. Irgendeine Einzelheit über die zu beziehende Feuerstellung mag nicht geklärt sein. Bei steht die lange Reihe von Geschützen und Fahrzeugen eng aufgefahren auf der Straße, in des die Einschläge sich mehren. Ich weiß es nicht. Stehen wir schon fünf oder zehn Minuten auf dieser Stelle? Endlich geht es weiter. Aber nicht auf der geraden Straße, nein, über die beschossenen Viehweiden hinweg. Je weiter wir vorgehen, umso ungemütlicher wird es. Zu allem hin fängt es nun an vom Himmel zu rieseln. Zu unserer Linken entdecken wir mitten im Wiesengelände eine Reihe mächtiger Betonklötze. Sicherlich, da müssen Bunker sein. Seltsam nur, dass sie nach unserer Seite hin keine Öffnung, selbst nicht den kleinsten Eingang oder die schmalste Skischarte aufweisen. Auf diese Bunkerlinie scheint es der Feind abgesehen zu haben. Mit hartnäckigen Regelmäßigkeiten kommen die richtigen Borken angeflogen. Es mögen etwa 15 cm Granaten sein, um irgendwo in der Nähe zu detonieren. Endlich sind wir in unserer Stellung angekommen. Abprotzen. Rohre in die allgemeine Richtung bringen. Protzen wegfahren. Das alles geht außerordentlich rasch vor sich. Denn inzwischen setzt nicht der erwartete verstärkte Beschuss ein, sondern ein platschender Wolkenbruch, der die Stellung in eine undurchsichtige graue Wand hüllt. So geschieht es, dass die Geschützbedienung nach Erledigung aller Handgriffe nicht vor feindlichen Granaten, sondern allein vor dem durchdringenden Nass eines unbarmherzigen Himmels den Bunkern Schutz suchen. Ist dieser Himmel in der Tat unbarmherzig? Man denkt darüber wie man will. Auf jeden Fall sieht während dieser halben Stunde der Feind von uns genauso wenig wie wir vom Berg Kammel oder von einem der Dörfer jenseits des Bahndammes. Und so bringe ich völlig ungestört von feindlichem Feuer mit Hilfe eines Kameraden eine MG nebst Dreibein auf der Plattform eines Bunkers in Stellung, wie der Batterieoffiziers befohlen hat. Dieser Betonbunker, hinter welchem auch unser MG-Wagen und der B-Wagen in Deckung gefahren sind, entpuppt sich als ein stabiler deutscher Artillerieunterstand aus dem Weltkriege. Die von den Belgiern angestellten Sprengungen an seiner Rückseite, welche ihn als Viehunterkunftsraum verwendbar machen sollten, konnten seiner Festigkeit nur wenig anhaben. Freilich, seine fortgesetzte Besteigung macht uns Schwierigkeiten. Eine Leiter ist nicht in der Nähe, also organisieren. Ich warte mit einem Kameraden im strömenden Regen zwischen Vieherden hindurch nach dem 100 Meter rechts liegenden Gehöft. Wir finden es dicht besetzt. Kameraden unserer Einheit, Angehörige des rechts an uns angelehnten vierten Batteriezuges und eine große Zahl Infanterieteile liegen in Scheunen und Stellen. Mit einer aufgefundenen, riesenhaften Leiter ziehen wir wieder dem Bunker zu, von dessen Plattform unser MG herabgrüßt. Unten ist inzwischen die Befehlstelle eingerichtet worden. Hier bleibe ich, während ein Kamerad die erste MG-Wache übernimmt. Bald fallen die Tropfen spärlicher, als ich nach einer Stunde zur Ablösung empor klettere, liegt die ganze Gegend dringend wieder in klarer Sicht. Voller Spannung darüber, was sich nun ereignen wird, schreite ich die grasbewachsene Fläche ab. Es bleibt mir keine lange Zeit dazu, denn plötzlich fängt es wieder an, in der Luft zu jaulen. Da, am Bahndamm ist auch der Einschlag zu sehen und schon folgen die nächsten Detonationen. Nun, drei Einschläge hintereinander, schon viel näher. Da ist es doch besser, in Deckung zu gehen. Ich lasse mich hockend an der hinteren Wand des Bunkers nieder. Verdammt, was kommt da so nah vorbeigeflogen? Eine erschütterte Detonation. Als ich den Kopf wieder aus der Deckung hebe, sehe ich 150 Meter halb rechts eine riesige Erdfontäne niederfallen. Brüllende Kühe wälzen sich im Schlamm, andere schleppen sich mühsam davon. Nun folgt Einschlag auf Einschlag, immer näher auf mich und das Gehöft zu. Wenn dieses einen Volltreffer bekäme, oh mein Gott. Ich habe eben wieder den Kopf zu Boden gepresst. Wieder geht es glücklich vorbei. 50 Meter rechts sitzt der Einschlag. Da auf einmal dicht unter mir ein erstickendes Schreien. Kameraden eilen aus der Deckung hervor und finden den Kanonier B mit einem Granatschlitter im Halse vor dem Bunker. Sie scheinen das Sprungweise hervorquellende Blut stillen zu wollen. Ein Kanonier eilt den langen Sprung zum Gehöft, den Unterarzt holen. Er mag eben halbweg sein, da faucht es wieder ganz dicht über uns hinweg. Ein mächtiges Krachen und wo eben noch der Dachstuhl des Bauernhoses stand, birst jetzt eine ungeheure Wolke auseinander. Meine Kameraden! Nach bangen Minuten des Wartens kommt der Melder wieder. Der Arzt hätte drüben mit Verwundeten alle Hände voll zu tun. Er muss zurück, muss ihn mit allen Mitteln heranbringen. Das Blut der Halswunde ist nicht zu stillen. Nun tritt eine Feuerpause ein, Gottlob. Da kommt der Arzt herbeigeeilt. Der Batterieoffizier erscheint bei mir oben am Rande der Plattform. Ich zeige ihm die Trichter und schlage ihm vor, das MG abzubauen, da es im gegenwärtigen Augenblick ohne praktischen Wert für uns ist und dem Feind höchstens ein lockendes Ziel bietet. Ich selbst bleibe oben, das weitere zu beobachten. Und schon beginnt der Tanz von Neuem. Da kommt eine ganze Gruppe angeschwert. Wie das Reinhaut. Das sitzt wieder vor dem Gehöft und nun hält die davor liegende vierte Batterie ihren Teil. Vier Einschläge sehe ich, mitten unter den Geschützen und noch vier. Jetzt wandert das Feuer nach links, auf unseren Bunker zu. Längst schon sollte ich in Deckung kommen, doch zu fesselnd ist die Beobachtung der Einschlagswirkung. Wahrlich, nun kracht es kurz vor unserem Bunker auf die Wiese. Noch kurze Zeit bleibe ich oben, dann steige ich nach insgesamt drei bis vier Stunden in den sicheren Raum hinab. Neue Kameraden sind dazugekommen, an Kleidern, Gesichtern und Händen mit Mauerdreck überzogen. Sie erzählen mir von dem im Bauern Gehöft gelandeten Volltreffer. Ein Sanitäter der Infanterie hatte dort mit seinem Kofferradio einen deutschen Sender eingestellt. Eben meldete die Stimme des Ansagers, die Schlacht in Flandern hat ihren Höhepunkt erreicht. Krach, da zitterte das Haus in allen Fugen. Mörtelsteine, Dachplatten flogen wild durch die Gegend. Undurchdringlicher Qualm. Ein Hasten und Drängen nach dem Ausgang. Die Kameraden unserer Batterie fanden sich alle heil vor dem Hause wieder. Der Sanitäter aber fehlte. Er lag mit tödlicher Wunde neben seinem zerschmetterten Apparat. Als sie mir dies im Bunker erzählen, lässt eben der Abteilungskommandeur auf Umwegen über eine Nachbarbatterie seine Missbilligung über das Ausbleiben unseres Feuers ausdrücken. Der Fernsprecher versucht krampfhaft mit unserer B-Stelle Verbindung aufzunehmen. Umsonst. Die Leitung muss gleich zu Beginn des Beschusses zerstört worden sein. Nach einer halben Stunde stellt der Feind das schwere Feuer ein. Auf der Wiese draußen humpeln verletzte Kälber und Kühe umher. Selbst ein unverwundeter Bulle sucht schüchtern und zahm geworden unsere Nähe. Ein Wachtmeister erlegt die verletzten Tiere durch Pistolenschüsse. Nun aber kommt etwas Unerwartetes. Der Feind beginnt leichteres Kaliber gut gezielt zu verschießen. Mit feinem Pfeifton überfliegen uns die ersten Dinger. Wir warten auf die Einschläge, da ein kurzes Puh und wieder ein Puh. Sind die da drüben auf die Idee gekommen, uns mit Blindgängern zu erledigen? Endlich ein vereinzelter Knall und gleich wieder das vorherige seltsame Geräusch. Es ähnelt dem Zischlaut, den der Amateurfotograf beim Abbrennen eines Kapselblitzes vernimmt. Unter 100 Granaten mögen 80 Blindgänger sein. Was gibt es über diesen Tag noch festzuhalten? Im Bunker erleben wir ein Nachtlager wie die Heringe, wenig bekümmert um das feindliche Störfeuer. Bei jedem Postenwechsel gibt es ein Stolpern über Beine und Köpfe hinweg. Und der endlich eintreffende Feuerbefehl schafft im Raum ein wahres Chaos von Menschenleibern. Untertitelung des ZDF, 2020